Wenn ein Zuschauer die Asse produzieren möchte, dann ist das erstens sehr beeindruckend und würde ungefähr so aussehen. Der Zuschauer darf gleich, wann immer er möchte und wo immer er möchte, das Kartenpaket abheben, wo er mag. Macht er ungefähr so. Dann darf er zweimal abheben, Stereo abheben, das heißt links und rechts. So hat er vier Karten bestimmt. Das ist die erste Karte, das ist die zweite Karte, das ist die dritte Karte und das ist die vierte Karte. Eins, zwei, drei, vier. Wir schauen uns die erste Karte an und es ist ein Ass. Die zweite Karte ist ein Ass, die dritte Karte ist ein Ass und die vierte Karte ist auch ein Ass.